Hallo, herzlich willkommen zum TCBM von XX United We Stand XX1 Ich habe von denen einen Brief bekommen, ich habe den schon mal ein bisschen zerpflückt aus, aber ich habe den nur aufgemacht und hier mal die Adresse rausgemacht Gerade mal kurz an, wollte ich mal zeigen, wenn ihr aus dem Ausland, also ich bin in Deutschland, wenn ihr vom Ausland Österreich, Schweiz oder so Briefe schickt, könnt ihr hier gerade sehen, gutes Beispiel, immer hier so einen Aufgeber drauf machen und einfach nur drauf schreiben was drin ist Und irgendeinen Wert hinschreiben, das kann man denen eh nicht, aber das muss auf jeden Fall drauf, sonst bleibt die Sachen beim Zoll hängen, das ist immer am besten, mache ich auch so und deswegen wäre es auch gut, wenn ihr das auch so macht, nur mal vorab So, aber ansonsten, ja, legen wir mal los Ja, wie gesagt, da offen ist er schon, ich ziehe nochmal gerade raus So, ähm, ist verpackt, Karton Ah, da steht noch drauf, Spielekarten, circa 30 Stück, Wert 30 Franken, ja Also immer sehr gut verpackt die Jungs, also muss ich echt sagen, ey, kann man schon mal loben, verpacken können sie, kommt immer alles gut an Zack Ach, nochmal These Hey, hey Ja, doppelt gemoppelt hält besser Lieber zu viel, als zu wenig Sind nur Pappkarten, deswegen, gehen auch schnell kaputt So, was haben wir denn hier Also Ähm, da sind Stickkarten drin, da steht Bonus drauf Da ist der Blade Armor drin So Die müssen wir erstmal rausfeaturen Ist glaub ich nur Blade Armor drin, ne ist noch was dahinter So Blade Armor, zwei Stück, jawohl, zwei Klingrüstung So Ah, da ist ein Hanso drin Zwei Hansos So Da haben wir ein Getriebe der Abwehr Das ist einer, oder zwei, ich weiß es nicht Einer und Seele des Silberbergs, genau So So Da ist noch Drei Guaiber Ein Maschinenwesen Kanone Ein Donnerkönig Rayo So Und ein Äh J.D. Get your game on Okay, drauf geschrieben Eine SICK-Karte Und hier ist der Bonus Der Bonus mit einem Briefchen So Bonus schauen wir gleich Erstmal den Brief Ein kleines Briefchen Hey Bo, hier sind deine Karten Hoffentlich kommen deine und meine Karten schnell und unten beschädigt an PS Deine Videos sind awesome Und mach weiter so mit geilen Videos Jaden A.K.A. Philipp Ja, danke Philipp Ähm Danke, freu ich mich, dass die Videos euch gefallen und so Ja Und ja Natürlich kommen deine Karten, denke ich mal auch, wie letztes Mal unbeschädigt an Schauen wir uns noch den Bonus noch an General Gantal der Eisbarriere Ein Laval Coat Coatel Aufsie Soldat Aufsie Hund Aufsie Honigbiene Einen sagenhaften Raben Einen Tecochi Und ein Getriebeauto Ja cool Okay, alles wie abgemacht da Dein Briefchen ist hier Ja, geht dann heute auch raus direkt mit der Post Und ähm Ja Wieder mal for your head we stand Zum zweiten Mal getauscht Und jetzt wieder mal Daumen hoch Kann man nur empfehlen die Jungs Und wie ihr seht ehrlich Alles klar was sie gesagt haben Und ja Was euch gefallen hat, abonniert und liked Und bis dann reingehauen Wiederschauen Toll Wo 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 Wo